Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo und herzlich willkommen zur niegelnagelneusten-Ausgabe der Filmkotheken hier beim Tele-Stammtisch, eurem Audio-Podcast für Filmbesprechung und jede Menge weitere Schweinereien. Einen Teil dieser Schweinereien haben euch in diesem Fall Berg, Steven und Marco vorbereitet, denn sie reden für euch über den Film Hot Summer Nights, der erscheint aktuell fürs Heimkino und wir hatten vorab die Gelegenheit ihn zu sehen. Das haben die drei Boys gemacht und ihn für euch besprochen. Und wenn ihr nicht genug bekommen könnt vom lieben Berg, dann hört doch nochmal genau hin, wenn er zusammen mit Max und Nick über zwei weitere Filme spricht. Zum einen geht es hier um den Film Klang der Verführung sowie den Film Dawn of the Felinees, oder so? Kein Plan, das sind zwei asiatische Filme, sehr viel mehr weiß ich nicht. Die erscheinen auch demnächst zeitnah fürs Heimkino. Es ist, glaube ich, was Erotisches. Es knistert also und ich bin mir ziemlich sicher, dass es in deren Besprechungen auch verdammt viel knistern wird. Also quasi ein Doppel und vorher noch Hot Summer Nights. Ich meine, wenn das nicht sexy ist, war es dann. Ladies and Gentlemen, viel Spaß dabei. Ich freue mich sehr auf euer Feedback. Ich hole nicht weiter aus, wo ihr das hinterlassen könnt, denn die Informationen findet ihr in den Shownotes und ihr könnt natürlich auch noch die Möglichkeit nutzen, uns in irgendeiner Form zu unterstützen, sei es also durch Bewertungen oder eben durch finanzielle Unterstützung. Das könnt ihr tun über Paypal und BuyMeACoffee. Alle relevanten Links dazu in den Shownotes. Nun also viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Ciao. Einen wunderschönen guten Tag hier zur neuen Tele-Stammtisch-Besprechung. Und zwar geht es um den Film Kalte Wintertage. Nein, falsch. Es ist doch Hot Summer Nights. Kleiner Scherz am Rande. Wir sind hier zu dritt, nämlich heute, und besprechen diesen neuen Film mit Timothy Chalamet unter anderem in der Hauptrolle. Und dazu habe ich mir Verstärkung geholt. Zum einen durch meinen höchst eigenen Podcast-Partner von Steven Spoilberg, und zwar der Steven. Hallo. Hallo, das bin dann wohl ich. Korrekt. Und auf der anderen Seite haben wir den Marco heute mit dabei. Ich grüße dich. Hallo. Ja, und wir drei versuchen das heute über die Bühne zu kriegen. An der Stelle sei gesagt, der Tele-Stammtisch ist ja eine große Redaktion-Community-basiert und auch finanziert. Das heißt also, falls ihr uns gerne unterstützen möchtet, schaut doch mal hier unter dem Video in die Shownotes rein. Da findet ihr einen Link zu PayPal und zu Bei mir a Coffee. Und könnt uns dann sozusagen ein kleines bisschen mit einer kleinen Gabe unterstützen. Das wäre schön. Vielen Dank dafür schon mal von uns. Und wir sprechen jetzt einfach mal über den Film. Und wir haben einmal den Marco, der mit einer kleinen Faktenflut um die Ecke kommt. Ja, genau. Wir besprechen heute Hot Summer Nights aus dem Jahr 2017, beziehungsweise in den USA lief er erstmalig im Jahr 2018 und kommt halt mit etwas größerer Verspätung jetzt zu uns. In den Hauptrollen halt, wie schon gesagt, Timothy Chalamet, den wir, glaube ich, alle so ein bisschen kennen und der auch relativ großen Hype im Moment erfährt. Dann in den weiteren Rollen Micah Monroe, Alex Rowe und zwei prominente Nebenrollen nochmal, die eher kurz auftreten, würde ich mal sagen, Thomas Jane und William Fichtner. und Regie hat geführt Elijah Beinem. Der Film startet hier bei uns in Deutschland am 18.03. halt auf diesen ganzen Streaming-Plattformen kann man sich halt kaufen oder leihen und am 25.03. startet er dann so in dem Handel als Blu-ray und als DVD. Steven, traumhaft. Ja, dann sag ich ein bisschen was zum Inhalt. Und zwar spielt der Film Jahre 1991 in Massachusetts, also an der Ostküste der Vereinigten Staaten. Und es geht um Daniel, gespielt von Timothy Chalamet. Der verbringt seinen Sommer in Cape Cod. Und das Ganze startet als angenehmer Urlaub, doch auf einmal lernt er dann so den Rebellen, den Rabauken der Stadt kennen mit dem klangvollen Namen Hunter Strawberry und er verfängt sich dann in einem Netz eines Drogenrings und bandelt auch noch mit der Schwester von Hunter an, ohne sein Mitwissen. Und ja, es geht im Grunde genommen darum, wie sich das Ganze zwischen diesen Dreien entwickelt. Und so viel sei gesagt, es passiert einiges. Ja, vielen Dank. Das so in der Kürze zu dem Film. Und es kommt schon so ein kleines bisschen durch, dass dieser Film nicht nur so ein Vibe mit sich bringt, sondern er hat zum einen diese leichte Coming-of-Age-Geschichte mit dieser Romanze und diesem Gefühl, dieses endlos angefühlten Sommers. Und irgendwie ist alles cool. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so ein kleiner Drogenmilieu-Thriller-Filmchen. Also es gibt so verschiedene Ebenen des Films. Wie habt ihr diesen Genre-Mix, sag ich mal, empfunden? Marco, wie war es bei dir? Zum Anfang ging es noch relativ gut. Ich habe es dann auch für mich jetzt so gut empfunden einfach. Also es hatte einen guten Rhythmus. Es hat alles auch logisch zusammengepasst. Aber zum Ende hin war es mir dann doch ein bisschen zu viel des Guten. Wir haben auch ein bisschen Voice-Over so da drin. Wir starten, glaube ich, auch mit einem Voice-Over. Und das war dann im Endeffekt für mich ein bisschen too much. Also ich glaube, der Fokus jetzt auf eines der beiden, jetzt Coming-of-Age oder halt so ein irgendwie Kleinstadt-Gangster-Drama, wie auch immer, hätte dem Film, glaube ich, ganz gut getan. Ja. Wie siehst du das, Steven? Also ich empfand es zwei Drittel lang eigentlich als äußerst gelungen. Am Anfang dominiert tatsächlich dieser Coming-of-Age-Aspekt. Das ist alles irgendwie sehr fröhlich. Selbst auch dieser Aufstieg in diesen Drogen-Bereich, der wird irgendwie ganz flott und munter irgendwie untergebracht. Das Anbandeln mit der Schwester von Hunter, das ist irgendwie alles locker flockig. Und der Film, der driftet dann immer weiter ab in diese dramatische Richtung. Und hinten raus ist es dann irgendwie ziemlich düster. Und wenn man das so miteinander vergleicht, hat man fast zwei unterschiedliche Filme, was nicht komplett geglückt ist. Aber trotzdem hat er mich eigentlich ziemlich gut unterhalten bis zum Schluss. Ja. Kann ich mich total anschließen. Mir ging es auf jeden Fall auch so, dass ich so ein bisschen diese Coming-of-Age-Geschichte fast noch ein bisschen besser fand, weil so diese Drama-Gangstermilieu-Elemente sich dann so ein bisschen überschlagen. Das habt ihr beide ja jetzt angedeutet, dass es hinten raus dann doch durchaus viele Ereignisse gibt, die auch in den Handlungsweisen der Figur nicht so ganz logisch sind. Aber trotzdem kommt am Ende halt ein cooler Film raus. Und das liegt, finde ich, vor allen Dingen natürlich an dieser Art, wie dieser schwelgerische, träumerische Coming-of-Age-Aspekt geglückt ist. Denn wir dürfen nicht vergessen, dieser Film spielt 1991. Das versetzt natürlich viele, die in unserem Alter sind, irgendwie zurück in ihre Jugend und ihre Zeit, wo noch die Sommer sorgenfreier waren. Ist das Gefühl bei euch auch rübergekommen? Marco, wie war es da? Nur bedingt, tatsächlich. Also ich hatte jetzt nicht so diesen Ferien-Vibe gehabt oder so das Gefühl, dass ich in den Ferien bin. Dafür war mir diese 90s halt doch ein bisschen, in meinem Kopf ein bisschen zu unklar. Wisst ihr, wie ich meine? Also ich war in den 90ern jetzt nicht so in dem Alter, dass ich jetzt gesagt hätte, ich will Drogen verticken. Hoffentlich. Das kam erst später. Irgendwie kam das nicht so ganz so für mich rüber, alles, wie ich mir das vielleicht gewünscht hätte. Also dieser Coming-of-Age-Aspekt an sich, der hat gut funktioniert. Aber dieses Summer-Feeling habe ich jetzt nicht gespürt, nein. Also klar, sie haben halt kurze Sachen angehabt. Ich habe schon gemerkt, dass es relativ warm ist und so. Aber jetzt für mich so diesen Urlaubs-Summer-Ferien-Feeling habe ich nicht gehabt, nein. Steven, hast du die Badehose rausholen wollen? Also die Badehose habe ich nicht gleich rausgeholt. Also ich habe jetzt auch nicht direkt dieses Urlaubs-Feeling gehabt. Aber trotzdem hatte ich irgendwie ein warmes, entspanntes Gefühl. Es hat mich irgendwie ganz gut mitgenommen, ganz gut eingepackt. Vor allem die Chemie zwischen Daniel und der McKayla, so heißt sie ja. Also das ist die Schwester von Hunter. Die ist wirklich hervorragend. Und das hat mich gut mitgenommen. Das hat mich wie eine warme Decke eingehüllt. Und deswegen hat mir ja auch der Anfang vom Film so viel Spaß gemacht. Vor allem, wenn man noch dazu nimmt, wie das gerade zu Beginn halt inszeniert ist. Mit diesem Voice-Over, mit Szenen, die kurz angehalten werden. Das hat mich sogar entfernt, ein bisschen an Guy Ritchie erinnert. Fand ich wirklich gut. Hinten raus verliert sich das dann alles irgendwie. Also am Anfang war das warme Feeling da. Hinten raus ist es verloren gegangen. Ja, also ich gebe dir absolut recht. Das war auch hinterher, als der Film dann zu Ende war, der Abspann lief, war so in meinem Kopf der Gedanke, also insgesamt finde ich es ein bisschen inhaltsleer. Irgendwie erzählt der Film so irgendwie nichts, auch wenn er irgendwie viel erzählen möchte. Aber was der Film konnte und was er bis jetzt auch noch bei mir im Kopf erzeugt, ist so dieses total Träumerische. So diese Farben und diese laue Musik. Und ich habe irgendwie diese Sommerbrise ein bisschen gespürt einfach. Und dann dieses Knistern, vor allen Dingen eben zwischen den Pärchen im Vordergrund. Das fand ich auch echt super. Und ich muss auch sagen, das ist ein gutes Stichwort für den nächsten Punkt. Gerade so in puncto Schauspielleistung. Ich finde ja, dass Micah Monroe, die hier die weibliche Hauptrolle spielt, irgendwie so eine Reinkarnation von Brittany Murphy ist. Die hat so diesen selben träumerischen Ausdruck auf dem Gesicht. Und wie das Ganze so inszeniert ist. Ich sage, es gibt eine zentrale Szene im Film. Da geht es um einen Lolli. Viel mehr können wir da jetzt nicht verraten. Und die ist super, super toll. Und die ist wirklich sexy, die Szene. Und da kommt einiges rüber, fand ich. Wie fandet ihr so die anderen Schauspieler insgesamt so vom Darstellerischen her? Marco? Ja, Micah Monroe fand ich auch mega. Also es war für mich auch so das kleine Highlight. So des Films auf jeden Fall. Die hat einen starken Ausdruck gehabt. Die hat auch mit der Kamera geflirtet. Oder beziehungsweise auch mit uns geflirtet. So, das fand ich schon sehr stark. So, ja, Timothee Chalamet ist halt so der nächste große Superstar. Das, finde ich, zeigt er ab und zu. So, ich glaube aber, seine Rolle ist auch jetzt nicht gerade die, die, die beste so, um alles irgendwie halt rauszuholen. Also er spielt halt so ein leicht sympathisches Arschloch. Das macht er halt gut. So, also ich habe ihn für mich jetzt doch irgendwo als Arschloch empfunden. So, weil er doch ein paar Moves drauf hat, wo ich sage, naja. Und wen ich halt gar nicht kannte, war den Alex Rowe, der den Hunter spielt. Fand ich aber auch ganz cool. Der hat so ein bisschen so einen James-Dean-Look und auch so generell so dieses Optische von ihm. Generell fand ich die Schauspieler so im Großen und Ganzen wirklich, haben das halt solide gut durchgezogen. Und ja, mein Highlight, aber Micah Monroe auf jeden Fall. Steven, bei dir? Ich kann mich da im Grunde genommen fast zu 100 Prozent anschließen. Ich persönlich fand Timothee Chalamet auch ziemlich gut in seiner Rolle. Natürlich ist sie in einer gewissen Art und Weise begrenzt, aber für das, was sie sein möchte, macht er das ziemlich perfekt, wie ich finde. Und ich kann es nur wiederholen, was die anderen schon gesagt haben, was ich auch schon vorhin angedeutet habe. Die Chemie zwischen Micah Monroe und Timothee Chalamet ist teilweise ziemlich bezaubernd. Ja, Alex Rowe fand ich okay. Der hat das auch gut gemacht. Ist mir jetzt nicht negativ aufgefallen. Aber ansonsten war da jetzt nichts Besonderes dran. Und diese beiden kleinen Zusatzauftritte, die noch mit drin sind, waren halt auch schon ziemlich geil. Also vor allem der zweite, ein Drogenboss, der später noch so mit auf den Plan tritt. Und das ist schon ziemlich cool gewesen. Ja, William Fichtner ist auf jeden Fall der Held der Nebenrolle. Also gerade, wenn man so an The Dark Knight zum Beispiel denkt, da ist er nur in der Anfangsszene drin und da ist er einfach großartig. Und ähnlich ist es auch hier. Ganz kurzes Screentime, aber unvergessen auf jeden Fall. Ja, ich glaube, so die ganz wichtigen Aspekte von dem Film haben wir beleuchtet. Und ich würde sagen, wir packen das Ganze mal irgendwie in ein Fazit und vergeben mal 0 bis 5 rote Lollipops. Und fang einfach mal bei Marco an. Ja, ich vergebe 2,5 Lollipops für diesen Film. Ich fand ihn halt von der Story her okay. Also es war jetzt nichts Besonderes. Die Geschichte jetzt von ein paar Jungs, die irgendwie halt ins Drogenbusiness aufsteigen möchten, schnelles Geld machen möchten, ist jetzt nicht neu. Und da erzählt der Film für mich auch nichts Neues. Genauso halt die Geschichte mit der Coming-of-Age. So ist okay gewesen. Beides zusammen hat für mich jetzt nicht so ganz harmoniert. Aber die schauspielerische Leistung reißt halt ein bisschen noch mal was raus. Und die Inszenierung manchmal, es war ja schon angesprochen, die Lollipop-Szene, die war jetzt halt klar und sauber und stark inszeniert. Oder das mit den Pommes so. Da waren ein paar Momente drin, die mir sehr gut gefallen haben. Und deswegen kriegt er gute 2,5 Lollipops von mir. Super. Dann, Steven, gibt's da mehr Lollipops? Ja, viel anderes kann ich auf jeden Fall nicht sagen. Aber trotzdem fällt meine Wertung ein wenig anders aus. Also ich finde auch, die Story ist nichts Besonderes. Dennoch nimmt mich das von Anfang bis fast zum Ende mit. Der Genre-Mix ist etwas unausgegoren. Dafür sind die Schauspielleistungen aber gut bis sehr gut. Und dementsprechend kann ich hier guten Gewissens doch 3,5 Lollipops eingepackt in kleine Grastütchen vergeben. Ja, das ist auf jeden Fall eine ganz gute Mischung. Ich bin ja bei dir sehr, sehr stark angelehnt mit meiner Meinung, Steven. Ich finde den Film auch wenig innovativ. Was die Story erzählt, hat man alles irgendwie schon mal gesehen. Ist auch sehr unaufgeregt und erzählt absolut nichts Neues. Hat auch in der Art, wie es erzählt wird, deutliche Schwächen. Aber auf der anderen Seite ist eben diese Inszenierung, diese Stimmung, dieses Schwelgerische und vor allen Dingen natürlich die Chemie, vor allen Dingen bei Timothy Chalamet und Maika Monroe. Jetzt haben wir es zum 113 Mal gesagt. Absolut super. Die trägt auch weite Teile des Films und das funktioniert für mich absolut. Deswegen, ja, ich versuche es mal mit 4 Lollis und mit deinen 3,5 Lollis zusammen sind wir da auf einem guten Schnitt. Und Marco findet es eben relativ durchschnittlich, aber ist absolut verständlich. Dem einen ist die Inszenierung mehr wert, dem anderen weniger. Und deswegen kann man aber in jedem Fall, glaube ich, sagen, Hot Summer Nights ist für alle diejenigen, was die so ein bisschen dieses Feeling, vielleicht auch aus der Jugend, vielleicht auch von der ersten Liebe, irgendwie so ein bisschen mit festhalten wollen und das Ganze verpackt in einen ganz cool, fluffigen kleinen Gangster-Film gepackt. Ja, und damit würde ich sagen, sind wir hier an der Stelle raus. Wir verabschieden uns nochmal an der Stelle. Mein Name ist Berg, bis zum nächsten Mal auf jeden Fall. Und das letzte Wort geht an Marco und danach an Steven. Ja, ich verabschiede mich auch, hat mir Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank auch von mir. Und wenn ihr von mir und Berg nicht genug bekommen könnt, dann schaut doch mal in unserem Podcast Steven Spoilberg vorbei. Da besprechen wir dann auch Film und Serien und alles, was dazugehört. Tschüssi. Bye, bye. Tschüss. Ein freundliches Hallo an alle Zuhörer da draußen. Herzlich willkommen hier beim Tele-Stammtisch. Wir sind mit einem kleinen Special hier heute am Start. Und zwar geht es um zwei japanische Filme, und zwar Dawn of the Felines und der Klang der Verführung. Beides, ja, Zweige des Genres Roman-Porno. Und was das Ganze bedeutet, werden wir euch im Verlauf dieser Folge auf jeden Fall erklären. Aber erst mal, mein Name ist Berg und meine Mitstreiter sind zum einen der Max. Hallo. Hallo, ich grüße dich. Hi. Und der Niklas ist auch mit dabei. Ja, auch ich freue mich. Hi zusammen. Sehr, sehr schön. Die Runde ist komplett. Warum beschäftigen wir uns hier mit erotischen Filmen? Das möchte ich gerne mal ein bisschen mit Hintergrundwissen hinterlegen, denn es handelt sich dabei natürlich um was Avantgardistisches auch. Und zwar gibt es das japanische Filmstudio Nikatsu. Das ist das älteste Filmstudio 1912 gegründet. Und es gab mal eine sehr starke Bewegung von eben diesen erotischen Filmen. Das begann so in den 60ern und erfreute sich großer Beliebtheit, war unter dem Begriff Pinku Aiga bekannt. Und auch dieses Traditionsfilmstudio Nikatsu hat sich dazu entschieden, das aufzunehmen in ihr Portfolio und hat dann auch ein Label gegründet mit dem Titel Nikatsu Roman-Porno. Und das war so eine Art Subgenre. Und dieses Genre hat sich natürlich mit gewissen Regeln beschäftigt. Also es sollte halt immer ein Genrefilm gedreht werden, eben mit diesen erotischen Inhalten. Und die Regeln dafür waren, dass eben der Filmtitel jeweils immer irgendwas Provokantes, Sexy-mäßiges an sich haben sollten, dass alle zehn Minuten eine Sexszene abgebildet werden sollte und dass möglichst das Ganze innerhalb von einem Zeitraum von zehn Tagen bis 14 Tagen mit geringem Budget zu drehen ist. Dazu sei vielleicht noch gesagt, es handelt sich hier um Soft-Porno-Inhalte. Das heißt also, der Sex ist simuliert und soll wie gesagt immer in das Genre eingebettet sein. Da gibt es also alles vom Thriller über den Krimi bis hin zur Komödie. Und dieses Label, was da extra dafür gegründet wurde, hat nun Jubiläum. Und deswegen hat das Filmstudio fünf Filme gemacht, um, sag ich mal, als Hommage an dieses Genre, an diese Ära Filme heute zu veröffentlichen und in einen modernen Kontext zu setzen. Jetzt habe ich da zu viel geredet. Wir haben hier vom Tele-Stammtisch zwei Filme bekommen. Und den einen Film, den fasst uns mal, am besten der Max zusammen, und zwar Dawn of the Felines. Ja genau, Dawn of the Felines, oder manche sagen noch Felines. Ich stehe auch eher auf Felines, weil es so französisch-lastig ist. Ich verlese einfach mal kurz den Klappentext. Die drei Prostituierten, Juri, Masako und Rie, arbeiten für einen Escort-Service in Tokio. Pflichtbewusst und nüchtern, aber dennoch professionell erledigen sie ihren Job. Dabei machen sie keinen Unterschied zwischen ihren Kunden. Egal ob Pensionär oder Nerd, alle werden zuvorkommend behandelt und ihre Wünsche erfüllt. Egal wie sonderbar die Vorlieben auch sein mögen. Gegen Aufpreis ist alles möglich. Das Geschäft mit der käuflichen Liebe geht jedoch nur so lange gut, bis auf einmal Gefühle ins Spiel kommen. Plötzlich sind die Grenzen zwischen Beruf und Privatleben nicht mehr zu erkennen. Und das hat Folgen. Das fasst den Film eigentlich relativ gut zusammen, was den Inhalt betrifft. Wie fandet ihr den Film? Ja, das ist direkt zum Punkt gekommen. Also, es war ein bisschen was anderes, als ich erwartet hatte tatsächlich. Ich habe mich aber auch vorab, anders als der Kollege, hier nicht so gründlich mit den Hintergründen beschäftigt. Und ich finde, der Film schafft es schon ganz interessant, die Anosphäre aufzubauen. Irgendwo diese, ja, auch eine Dramatik mit reinzubringen. Es ist ja, das muss man vielleicht dabei auch nochmal sagen, jetzt nicht im Sinne von Erotik. Hier so wild irgendwie versucht, eine sinnliche Stimmung aufzubauen. Und eigentlich wollen sich alle schon vor dem Film, äh, vor dem Film, vom Fernseher schon ausziehen. Es geht mehr so in die Richtung, das ist eher beklemmend. Und ich denke mal, das ist auch irgendwo so der Hintergrund. Und das war ein Aspekt, den, finde ich, haben die ziemlich gut da ausgebreitet. Er ist auch nicht allzu lang. Das passt auch ganz gut, weil so alle zehn Minuten eine Sexszene in dem Kontext, über drei Stunden, glaube ich, brauche ich das dann auch nicht. Das hat man hier schon mit, wie man so schön sagt, mit Maß in der Mitte hinbekommen. Und auch die Charakterkonstellation, schauspielerische Leistung, das hat schon, finde ich, gut funktioniert, ist aber trotzdem nicht der Typ Film, wo ich jetzt sagen würde, wow, das muss man sich jetzt jedes Wochenende einmal anschauen. Ist ein interessanter Ausflug für mich gewesen, definitiv. Ich gucke sowas auch nicht allzu oft, muss man dabei sagen. Also jetzt Erotikfilme ist ja auch eher ein Pflaster, wo es sehr viel Trash gibt, oder generell Produktionen, bei denen es dann nur darum geht, nackte Haut zu zeigen. Und das war es dann. Kann ja auch reichen. Aber ich finde, da kann man dem Film schon durchaus unterstellen, dass er ein bisschen mehr zu sagen hat oder sagen möchte. Bei mir war es ja so, ich habe sowohl diesen als auch den anderen Film geschaut, den Der Klang der Verführung. Ihr habt ja nur den Dorn of the Felines gesehen. Ich kann also schon mal innerhalb des Genres so ein bisschen auf jeden Fall vergleichen. Mir ging es eigentlich so, ich habe erst so im Nachgang erfahren, dass es überhaupt um erotische Inhalte geht. Ich habe einfach nur gesehen, traditionelles japanisches Filmstudio und in Kombination mit eben diesen typischen, ja, asiatischen Filmstil und war deswegen einfach interessiert. Und das Ganze hat sich dann so ein bisschen erst im Nachgang erschlossen für mich. Und ich muss sagen, die beiden Filme sind schon sehr unterschiedlich vom Ton her. Hier, wenn wir jetzt erst mal zunächst bei Dorn of the Felines bleiben, ist es wirklich so, dass ich sehr interessant fand, dass es so viele verschiedene Geschichten waren. Weil wir begleiten ja hier diese drei Eskort-Damen, die unterschiedlicher nicht sein könnten und erleben so verschiedene Ausprägungen von dieser sexuellen Entfaltung von denen. Also die eine ist ja noch ganz jung und die ist auch obdachlos und die pennt im Grunde genommen entweder bei den Kunden oder in so einem Klappbett im Büro, wo die, sage ich mal, diese Eskort-Zentrale haben. Die hat ein ganz anderes sexuelles Ausleben als zum Beispiel die eine, die die junge Mutter ist und ihr Kind immer abgibt, während sie zu irgendwelchen Terminen gebucht wird. Also das sind halt schon Sachen, die stehen sich sehr konträr gegenüber und dann haben wir noch so die eine, die die mittlere, die so ein bisschen die ruhigere ist, die das anscheinend auch schon länger macht, die zum Beispiel sehr damit zu knabbern hat, dass sie einen Kunden hat, der sie nicht für Sex bucht, sondern einfach nur als Gesellschaft und sie sich tatsächlich irgendwie da so ungebraucht fühlt. Also ich finde das alles so gegenübergestellt, finde ich in dieser Geschichte halt ganz cool, weil das die Abwechslung schafft, finde ich. Ja, also muss ich auch sagen, ich war sehr angenehm überrascht. Also ich habe mir zuerst den Trailer angeschaut, bevor ich mich entschieden habe, den Film zu sichten und fand den Trailer schon recht vielversprechend. Also es war schon relativ klar, also jeder kann sich auch einen Trailer anschauen. Also das ist da schon sehr, ja, also mit blanker Haut Wird nicht gespart. Ja, zustanden wird nicht gespart. Und also darauf war ich schon mal vorbereitet und war dann wiederum angenehm überrascht, weil ich mag einfach den japanischen Art, die japanische Art, Geschichten zu erzählen. Also dass du einfach nur Momente, Begegnungen siehst und den Rest kannst du dir eigentlich selber zusammen, sag ich jetzt mal, dichten. Und das habe ich bei dem Film, bei den Filins, also wirklich ziemlich genossen, muss ich sagen. Und danke jetzt für dieses Background-Wissen, also dass das sozusagen die Aufgabe von dieser Produktion ist, also möglichst für jedes Genre einen eigenen Film zu drehen mit diesen ganzen Vorgaben, alle zehn Minuten geht's zur Sache. Und ja, ich fand ihn gut. Wie auch du gesagt hast, Niklas, also Schauspieler waren okay, Musik war gut, Kamera war gut. Also das, was Benjamin, du gesagt hast, von wegen, dass es möglichst kostengünstig innerhalb von zehn, vierzehn Tagen produziert werden soll, das gilt wohl eher für die 60er Jahre. Oder galt das auch für diesen Film? Wohl nicht, gell? Würde ich meinen. Da hast du jetzt schon nämlich einiges angesprochen, das finde ich nämlich auch, dass also wirklich die Produktion, wie man vielleicht auch erwarten darf von so einem Traditionsfilmstudio in Japan, halt wirklich gut ist. Und dabei können wir gerne auch noch auf was zu sprechen kommen, was mit der Inszenierung zu tun hat. Und zwar, finde ich, ist einer der Hauptdarsteller im Film ist Tokio. Also so dieses Nachtleben und diese Bereiche, die eigentlich hinter verschlossenen Türen sind, im Zusammenhang mit der Inszenierung, fand ich sehr, sehr gut. Wie hast du das gesehen, Niklas? Ja, also ich finde, der Film spricht ja unheimlich viele Themen auch an. Du sagtest gerade, Tokio kann ich nicht beurteilen. Ich war da noch nie. Da können jetzt andere vielleicht mehr zu sagen. Aber man hat ja auf der Seite des Kunden, also der Kunden, nicht irgendwie einfach nur eine Anklageschrift. Von wegen, das sind alles selbstsüchtige Männer. Das sind ja auch teilweise schwere Schicksale. Und selbst die, die nicht so sympathisch sind, kann man schon fast stellenweise etwas bedauern, auch für die Situation, in der sie teilweise leben. Dann hast du dann auch die Schicksale der Prostituierten, die ja auch sehr unterschiedlich sind. Da ist ja die etwas ruhigere, die du nanntest, die, ich muss Ihnen sagen, mit der Namensordnung tue ich mich jetzt gerade einen Moment schwer, aber die den älteren Herren besucht. Irie hieß die. Irie ist das, ja. Sie zum Beispiel hat ja nochmal einen speziellen Hintergrund, dass sie ja eigentlich diesen Job nicht machen müsste, sondern das tut, weil sie halt die Wertschätzung von ihrem Mann so nicht erfährt. Und sie kann ja wohl auch, ich weiß nicht, ob das zu weit vorgreift, es gibt ja jedenfalls eine bestimmte Konstellation, die dazu führt, dass sie diesen Job dann macht. Und das sind alles so interessante Aspekte, dass hier dieser ganze Aufhänger-Erotik eigentlich schon nicht in den Hintergrund tritt, das würde ich nicht sagen, aber es wirkt nicht aufgesetzt. Es gibt ja viele Filme in dem Genre, wo man jetzt erwarten würde, okay, hier nach dem Motto, warum hast du eine Maske an, warum liegt hier Stroh und dann das war's. Hauptsache man zeigt Sexploitation-mäßig, was abgeht. Und hier hatte ich das Gefühl, das haben die echt gut hinbekommen, ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie man diese Erotik hier mit reinbringt oder die Sexszenen, ohne dass es irgendwie instrumentalisiert wirkt. Also das ist schon ziemlich gut gelungen. Also das, was ja auch im Klappentext drin steht, also bis die Gefühle ins Spiel kommen und das finde ich wirklich bei allen drei Geschichten der Protagonistinnen wirklich absolut toll gelöst. Also wo du auch sagst, boah, Wahnsinn, also jetzt geht's ans Eingemachte. Also es ist nicht mehr eine oberflächliche Fassadenart. Also ich fand das wirklich auch von den Männern, die dann eben auch plötzlich Gefühle zeigen, also positive wie negative Gefühle. Fand ich ziemlich gut gemacht. Also ich würde diesen Film tatsächlich weiter empfehlen, weil er wirklich handwerklich, dramaturgisch super gut gemacht ist. Also ich war wirklich angenehm überrascht. Jo, also ähnlich sehe ich das auch und wir können uns hier, glaube ich, alle einig sein, dass es wirklich kein billiges Schmuddelfilmchen oder irgendwie ein Porno für einfach nur die Stimulation irgendwie ist, sondern es geht halt wirklich auch um die Geschichte, die hier halt auch wirklich viele Facetten hat, in dem Fall von Dawn of the Felines. Und deswegen können wir gerne nochmal schnell hier das Fazit ziehen, bevor wir nochmal zum zweiten Vertreter kommen. Und ich würde sagen, wir vergeben mal 0 bis 5, ich sag mal, Tokio-Stadtteile. Tokio-Stadtteile, okay. Okay. Dann Max, wir fangen bei dir an. Also ich bin kein Routinier fürs Genre, aber ich würde diesem Film, haltet euch fest, viereinhalb Tokio-Stadtteile geben. Weil ich habe so viel weniger erwartet von dem Film, als er gehalten hat. Also ich war echt positiv überrascht. Sehr schön. Niklas? Ich bin so bei 3,5 bis 4. Da ist mit eingerechnet, dass der mich auch positiv überrascht hat. Am Ende ist es für mich dann vielleicht kein Kino, das ich immer sehen muss, aber auch eine Empfehlung. Also für Leute, die mal was ganz anderes sehen möchten, abseits der Titel, die man sonst so hört, geht da schon voll in Ordnung. Da soll man sich von einem 3,5 jetzt auch nicht irritieren lassen, würde ich auch immer gerne dabei sagen. Sehr gut. Ich schließe mich dir an, Niklas. Bei mir ist es auch zwischen 3,5 und 4. Ich fand es wirklich gut. Es ist hochwertig gemacht. Die Story ist tiefgründig ausgearbeitet. Es ist ein bisschen schade, dass es so ein Ausschnitt ist. Also es ist wie so eine Momentaufnahme. Also genauso schnell, wie man hier reingeschmissen wird, wird man auch wieder rausgezogen als Zuschauer. Das ist vielleicht ein bisschen schade und kratzt dann so ein bisschen an der aufgebauten Tiefe. Aber insgesamt wirklich ein guter Film, den man absolut empfehlen kann eigentlich. So. Und da ich jetzt der Einzige bin, der Klang der Verführung noch gesehen hat, hört man mich jetzt ein bisschen monologisieren. Und es ist jetzt einfach mal so. Ja. In diesem Film geht es tatsächlich zentral um eine bestimmte Geschichte. Und zwar geht es um den Filmkunstregisseur Furuya. Und der war wohl mal gerade, als er angefangen hat mit seiner Regiekarriere, wirklich ein Gefeierter. Der hat also wahrscheinlich so Indie-Filme gemacht, auf die immer mal auch so angesprochen wird. Und ist dadurch halt ein echt namenswerter Regisseur geworden. Hat aber, dadurch, dass die Filme anscheinend so verkopft sind, das Problem, dass er überhaupt noch Geldgeber findet, um seine Filme zu machen. Deswegen muss er, und jetzt kommt die Meta-Ebene, billige kleine Schmuddelfilmchen machen, um sich über Wasser zu halten. Und da arbeitet er so mit drittklassigen Schauspielern, die das nur als Sprungbrett nehmen wollen, die also alle schwierig sind. Und ja, die Widrigkeiten bei seinen Drehs sind halt ziemlich groß. Und er hat halt noch das Problem, dass er privat einfach in einer Krise steckt. Denn seine Frau liegt im Koma. Und man merkt also diese Sehnsucht von ihm nach ihr. Und deswegen geht er so irgendwie durch den Tag und versucht irgendwie klarzukommen. Und flüchtet sich im Prinzip nur in ein sexuelles Abenteuer nach dem anderen. Mit verschiedensten jungen Frauen. Also die sind meistens deutlich jünger als er. Und dadurch, dass er aber so eine Reputation hat, ist es ihm halt keine Schwierigkeit, die halt ins Bett zu bekommen. Und das ist also wirklich so eine unschöne Ausuferung der Sexualität, dass er halt das eigentlich dadurch gar keine Lust empfindet, sondern irgendwie versucht, bloß sich abzulenken, zu betäuben, ähnliches. Das ist also hier sehr interessant gemacht. Das ist wie so eine Art Odyssee, die er hier durchläuft in dem Film. Und was halt wirklich absurde Züge teilweise annimmt. Und es ist halt wirklich so ein psychologisches Drama über seinen eigentlich gesellschaftlichen Verfall so. Hier muss man sagen, ist es noch kunstvoller gedreht. Also die Bilder hier sind sehr, sehr atemberaubend und gut. Es spielt viel in Innenräumen. So das Interieur und die Kameraperspektiven, die sind alle sehr kreativ. Also das mutet tatsächlich ein bisschen avantgardistisch an in der Optik, aber ist keineswegs sperrig. Kann man sich angucken. Die Darsteller auch hier sind durchweg gut. Vor allen Dingen eher auch im Zentrum der ganzen Erzählung. Also das macht schon viel richtig. Die ausufernden Sexszenen, die sind hier tatsächlich mehr erotisch aufgeladen als in dem anderen. Also hier geht es schon intensiver zur Sache. Und es ist auch ein bisschen leidenschaftlicher alles. Das muss man schon sagen, dass der Unterschied hier ist und dass der Fokus hier wesentlich mehr auf Sex ist. Aber insgesamt trotzdem kommt so eine absolut melancholische Grundstimmung rüber. Und es ist halt schon so ein Trichter, so eine Spirale nach unten, die wir hier sehen. Also es ist schon ganz anders geartet. Darf ich mal in die Runde fragen, habt ihr zufällig vor Jahren im Kino oder auf DVD Shame gesehen? Das klingt jetzt von der Dichtigkeit ähnlich. Wie siehst du das? Ja, gibt es Parallelen auf jeden Fall. Bei Shame geht es ja noch ein bisschen krasser darum, dass es wirklich Sexsucht ist. Stimmt, sorry. Hier ist es keine Sexsucht. Hier ist es einfach nur für ihn ein Ausdruck, so eine Flucht in irgendwie so ein wenigstens, eine kurze, andere Welt. Genau, aber prinzipiell vom Ton her sehr ähnlich. Jetzt wollte ich dich nochmal fragen, Benjamin, wenn du beide gesehen hast. Also im Filins gibt es ja dann doch auch so diesen komödiantisch angehauchten Escort-Service-Leiter, sag ich jetzt mal. Also das ist ja so diese typische japanische Comedy-Geschichte, sag ich jetzt mal. Also diesen Klamauk. Gab es das in deinem Film auch, in dem den nur du gesehen hast? Oder war der durchgehend ernst? Ah ja, okay. Fast gar nicht. Also es gibt so ein, zwei Figuren mal ganz kurz, die sind so ein bisschen overacted, aber nicht so wie bei Dawn of the Felines. Okay. Also wir haben es ja wirklich mit zwei relativ unterschiedlichen Filmen zu tun. Wie gesagt, Dawn of the Felines ist ein bisschen vielseitiger, deswegen gefällt er mir auch etwas besser. Ich würde hier so dreieinhalb Stadtteile von Tokio vergeben. Der ist schon sehr solide, aber er ist mir dann manchmal auch ein bisschen zu krass. Also das ist dann auch sehr konstruiert, welche absurde Züge so seine sexuellen Abenteuer da annehmen. Das ist nicht immer ganz nachvollziehbar, aber insgesamt sehr kunstvoll gedreht, mit schöner melancholischer Unterton kann man sich angucken, den Klang der Verführung. Das werde ich dann mal auf meine Wortschlist setzen. Ja. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall bei euch beiden. Und bevor wir dann hier zum Schlusswort kommen, kleiner Hinweis noch an der Stelle, ihr könnt auch in die Shownotes unten nochmal gucken. Wir sind natürlich ein Community-basierter Podcast hier. Wir sind ein bisschen darauf angewiesen auch, dass wir ein paar finanzielle Zuwendungen bekommen. Das könnt ihr gerne leisten, in welcher Höhe auch immer ihr gerne möchtet. Ihr könnt uns per PayPal oder bei mir Coffee unterstützen. Links, wie gesagt, findet ihr in Shownotes zur Folge. Wir freuen uns und können das dann hier weitermachen. Vielen Dank dafür. Und dann verabschiede ich mich schon mal. Ich bin Herr Berg. Wer mich gerne woanders nochmal hören möchte, mich gibt es beim Podcast Steven Spoilberg. Geht es auch um Filme und Serien. Und ja, freue mich, dass ihr eingeschaltet habt bei dieser etwas spezielleren Geschichte, die wir hier heute besprochen haben. Also tschüss von mir. Und jetzt geht es nochmal zu Max und dann zum Niklas. Ja, ich danke euch für das Gespräch und natürlich allen Hörern, die durchgehalten haben. und freue mich auf die nächste Session zu weiteren Filmen mit euch. Da schließe ich mich gerne an. Auch danke vor allem für die Moderation an den Berg. Das hat hier sehr geholfen. Dankeschön. Gerne. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, es sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.